Die Organisatoren von heute haben mich gebeten, das Schlusswort zu sprechen. Ich denke, dass die Dinge, die Sie heute erarbeitet haben in den Arbeitsgruppen, dass die ausführlich besprochen worden sind und dass ich nicht die Aufgabe habe, wie gestern so eine Art Zusammenfassung zu machen. Ich habe einen anderen Ansatz heute und zwar kam ich da drauf durch ein Gespräch, das ich mit dem Uli Seemann hatte, der mir erzählte, wie schwierig es ist, mit Gruppen, Gruppierungen in der Friedensbewegung in Kontakt zu kommen und zu sagen, es gibt ein Interesse der Pharmaindustrie, einen Atomkrieg zu führen. Mir selbst ging das auch so, aber ich bin da vielleicht schon etwas abgebrüder. Und ich habe mir aber gedacht, wenn das so ist, dann müssen wir da ganz schleunigst dran und habe mir die Mühe gemacht, während Sie hier gearbeitet haben, nochmal wichtige Argumente zusammenzutragen, die für Sie vielleicht auch Argumentationshilfen sind in der täglichen Arbeit. Ich bin nicht drum herum gekommen, um einen historischen Rückblick. Wir haben ihn gestern schon punktuell erlebt durch den Beitrag von August Kowalczyk, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir über eine so dramatische Entwicklung sprechen, wie wir an diesem Wochenende gesprochen haben, die Möglichkeit eines Krieges, der noch nie stattgefunden hat, die Möglichkeit, dass Millionen Menschen sterben, die Möglichkeit, dass ganze Landstriche auf Jahre, Jahrzehnte hinaus verseucht sind und alles für Profit, da muss man argumentieren dazu. Und deswegen habe ich diesen Vortrag so gemacht, wie er ist, ein Rückblick auf ein Jahrhundert, das ich das Jahrhundert der Pharma-Tyrannei genannt habe. Wenn wir uns ins Jahr 1900 zurückversetzen, zu Beginn dieses Jahrhunderts der Pharma-Tyrannei, dann treffen wir einen Mann namens John D. Rockefeller. Schon zu dieser Zeit kontrollierte er mit seinem Trust der Standard Oil über 90% des Erdölgeschäfts in den USA. Er war der Erste in einer ganzen Reihe von Tycoons, von Männern, die so unendlich reich waren, dass sie weltweit das Schicksal dieses Planeten bestimmen konnten. Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen, seine Firma, die Holding sozusagen, die über allem war, war die Standard Oil of New Jersey, kurz Standard Oil. Rockefeller war der Erfinder der Trusts oder der Wirtschaftskartelle. Rockefeller Standard Oil war der erste Vertreter eines neuen Typs globaler Wirtschaftsmacht, dem Trust oder dem Kartell. Diese Trusts entstanden durch die Vereinigung mehrerer Aktiengesellschaften, die zwar formell ihre eigene Existenz weiter behielten, tatsächlich aber jede Selbstständigkeit aufgaben. Ziel dieses Manövers oder dieser Trickserei war die Ausschaltung jeglicher Konkurrenz, die Errichtung von weltweiten Monopolen und das brutale Durchsetzen der eigenen Interessen zum Zwecke der Gewinnmaximierung. Sein Gegenstück auf europäischen Ebene war er hier, Karl Duisberg. 1903 reiste er zum ersten Mal in die USA mit dem Ziel, die Trusts zu studieren. Er war damals 24 Jahre und mit 24 schon Direktor von Bayer. Als er wiederkam, war er so begeistert, dass er sagte, das brauchen wir auch. Die ersten, die mitmachten, waren die von der BASF und von der ACFA. Und so entstand 1904 nach seiner Denkschrift über die Vereinigung der deutschen Farbenfabriken. Farben war damals ein großes Chemiegeschäft. Aber Bayer zum Beispiel hatte schon richtige Anlagen für die Produktion von Pharma-Präparaten zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist Chemie, Pharma und Petrochemie, also das Ölgeschäft, immer in einer Hand gewesen. Egal wie der Name war. Und so entstand im selben Jahr, als er diese Denkschrift, brachte er sozusagen die Zusammenfassung seiner Reise in die USA, der erste Ansatz eines Kartells des Pharma-Ölgeschäfts auf europäischem Boden. Er nannte sich der Dreibund. Eine Vereinigung aus Bayer, BASF und ACFA. Gehen wir wieder zurück in die USA. Sie sehen, wir springen immer, wenn wir dieses Jahrhundert verstehen wollen, das Letzte. 1911, am 15. Mai, war die Macht dieses Mannes so anrückig und so anstößig geworden, dass unter dem Druck einer öffentlichen Meinung, die ihn als Räuberbaron bezeichnete, das oberste Gericht der USA entschied, dass dieser Trast, der Rockefeller Trast, zerschlagen werden muss. Nur durch diese Zerschlagung in die Einzelteile, sagte das Gericht, können die Verbrechen wieder gut gemacht werden, die der skrupellose Rockefeller Trast begangen hat. Der oberste US-Gerichtshof befand in seinem Urteil, dass Rockefeller und sein Trast tausende, tausende illegale Verträge abgeschlossen habe, die Konkurrenzprodukte und die Konkurrenz insgesamt natürlich brutal ausgeschaltet, das Land wie das organisierte Verbrechen in Interessenzonen aufgeteilt hat und Milliarden illegaler Gewinne eingetrieben habe. An jenem 15. Mai 1911 fasste der US-Gerichtshof sein Urteil wie folgt zusammen. Sieben Männer, darunter John D. Rockefeller und seine Komplizen und ein Konzern haben gegen die gesamte Bevölkerung eine Verschwörung angezettelt. Im Interesse der Sicherheit des Landes ordnen wir das Gericht an, dass diese gefährliche Verschwörung bis zum 15. November 1911 aufgelöst wird. Im Interesse der Sicherheit des Landes. Doch unser John dachte nicht dran. Er hatte den Plan schon in der Schublade, wie man es macht, das zu umgehen. Zur Umgehung dieses Urteils und zur Maskierung des Räuberbaron-Images versteckte Rockefeller seine Ölmilliarden in der Rockefeller Stiftung. Unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit und der medizinischen Forschung beginnt der strategische Aufbau der Pharma-Investment-Branche. Diese Trickserei, das Vermeiden, das Ausweichen eines Urteils, das zum Schutze der Bevölkerung gefällt wurde, ist der Beginn eines unbeschreiblichen Raubzugs auf diesem Planeten. 1918 kam ihm eine Grippe-Epidemie zugute. Sofort wurde der ganze Apparat aktiviert. Die spanische Grippe, ihr habt es wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Vogelgrippe gehört, wurde immer wieder Bezug genommen, dass es diese spanische Grippe mal gab. Kein Wunder. 1918 war das Ende des Ersten Weltkriegs. Hunger, Not. Die Epidemie brach unter Soldaten aus. Auch das kein Wunder. Und das Ganze wurde in einer Art und Weise ausgenutzt, was beispielhaft ist. Zusammen mit einer Handvoll seiner Komplizen bringt Rockefeller generalstabsmäßig über diese spanische Grippe die gesamte Gesundheitsversorgung der USA und später andere Länder unter den Einfluss seiner neu geschaffenen Pharma-Investment-Branche. Dazu gehören medizinische Forschung, medizinische Ausbildung, Herstellung von Pharmapräparaten, Gesundheitsversorgung etc. Dass Menschen, die ausreichend ernährt waren, die ausreichend Vitamine hatten, nicht anfällig waren, für diese spanische Grippe interessierte die gar nicht. Denn diese Dinge waren nicht patentierbar. Die Rockefeller Stiftung ließ sich feiern als der neue Heilsbringer auf diesem Planeten. Er brauchte keine Steuern für seine Ölmilliarden mehr bezahlen, weil das Geld in seine Stiftung lief. Die Stiftung propagierte die neue Medizin und setzte die Gelder strategisch dafür ein, um die ganze Medizinlandschaft, die medizinischen Universitäten umzustrukturieren. Er schuf die Universität von Chicago mit seinem Geld. Chef dieser Universität war natürlich jemand, der welche Medizin propagierte. Die patentierte Pharmamedizin. Er schuf die Rockefeller Universität in New York. Er setzte seine Leute in den Aufsichtsrat der Harvard-Universität von ganzer Serien von medizinischen Ausbildungsstätten, um dafür zu sorgen, dass seine neue Medizin die einzige Medizin sein wird, die an diesen Universitäten gelehrt wird. Wie hat er das gemacht? Das Stiftungskapital der Rockefeller Stiftung im Jahr 1911 waren schon 100 Millionen Dollar. Nach heutigem Wert das Hundertfache. Im Laufe der Zeit wurde diese Stiftung zu dem entscheidenden strategischen Element für den Aufbau und die Umstrukturierung und die Gefangennahme des Gesundheitswesens auf diesem Planeten. Spanische Grippe von 1918, Vogelgrippe 100 Jahre später. Damals wie heute werden künstlich geschirrte Grippeepidemien zur Machtübernahme damals beziehungsweise zum globalen Machterhalt des Pharmakartells missbraucht. Gehen wir mal zurück nach Deutschland. Unser Freund Karl Duisberg hat inzwischen aus dem Dreibund einen Siebenbund gemacht. Bayer, BASF und ACFA haben sich Höchst Casella, Kalle und die Farbenwerke Termeer angeschlossen. Hier sehen Sie eine Aufsichtsratssitzung von 1916. Ganz rechts Karl Duisberg und links mit dem Pfeil ein Gesicht, was uns noch mehrfach begegnen wird heute, Fritz Termeer. Neun Jahre später, 1925, wird aus der IG Farben, aus dem Zweckverband der IG Farben eine eigene Aktiengesellschaft. Der Firmenwert zu diesem Zeitpunkt ist 11 Milliarden Reichsmark, nicht Millionen, Milliarden Reichsmark. Die Anzahl der Beschäftigten über 80.000. Der größte Konzern im damaligen Europa. Aufsichtsratsvorsitzende Karl Duisberg. Vier Jahre später trat man sich mit der Standard Oil, dem großen Konkurrenten von Rockefeller über dem Atlantik, immer wieder auf die Füße, wenn man die globalen Wirtschaftsinteressen im Bereich der Chemie, Petrochemie und Pharmachemie aufteilen wollte. Deswegen traf man sich, IG Farben und Standard Oil und teilte die Welt auf. In einem Abkommen am 29. November 1929 erhielt die Standard Oil im Wesentlichen die petrochemischen Rechte, im Wesentlichen die IG Farben, die Pharma und chemischen Rechte. So weit, so gut, hätte man sagen können. Dann herrschte ja Frieden auf diesem Planeten. Nun, nicht lange. Bereits 1926 hatte in Leuna die Herstellung von IG Farbens synthetischem Benzin aus Kohle begonnen. Das sogenannte Bergius Hydrierungsverfahren. Es bestand die Gefahr, dass dies eine der größten Fehlinvestitionen werden würde, weil die Kosten höher waren als beim natürlichen Benzin. Ohne Hilfe des Staates war die Benzinsynthese nicht überlebensfähig. Deshalb besuchte im Sommer 1932 der Direktor der Leuna Werke, IG Farben Vorstandsmitglied, Heinrich Büte Fisch, Adolf Hitler in München, um herauszufinden, ob das für den Weltmarkt zu teure synthetische Benzin der IG auch weiterhin durch Schutzzölle subventioniert würde. Hitler war offensichtlich hoch erfreut. Er machte unserem IG-Mann sofort klar, dass er den deutschen Treibstoff für ein politisch unabhängiges Deutschland für zwingend notwendig erachte. 1932, da war der Mann noch nicht an der Macht. Da entstand eine Interessenskonkurrenz zwischen den Nazi-Schergen und den IG-Interessen an der Weltherrschaft. An einem der entscheidenden Patente. Wie kann man aus Kohle Benzin machen? Das andere Patent, was entscheidend war und was die Macht der IG Farben berührte, war die Fixierung von Stickstoff aus der Luft. Das wurde so verkauft, als brauchte man das vor allem für die Düngeindustrie und für die Landwirtschaft. Das war nur ein Anwendungsbereich. Der hauptsächliche Anwendungsbereich war die Ammoniak-Synthese für die Herstellung von was? Sprengstoff. Mit anderen Worten, die hatten ein Patent, um aus Luft Sprengstoff zu machen. Wie verführerisch. Und so passierte, was passieren musste. Ein halbes Jahr später trifft sich der Geschäftsführer der IG Farben zu diesem Zeitpunkt, Herr Schmitz, mit seinem politischen Handlanger in München, anlässlich der Einweihung des sogenannten Hauses der deutschen Kunst. Die Konzernzentrale der IG Farben in Frankfurt ist damals das größte Bürohaus in Europas. Wenn Sie mal nach Frankfurt kommen, schauen Sie es an, es gibt es heute noch. Die IG Farben wird zum größten Einzelspender der Machtergreifung der Nazis. Aber nicht nur das. Sie finanziert auch strategisch den Sturz der Weimarer Demokratie, indem sie die Straßenterrorgruppen der SA unterstützt. Der Zweite Weltkrieg, die Investition der IG Farben in diese politische Partei Nazi und in diesen Mann Hitler zahlte sich aus zunächst. Der Zweite Weltkrieg wird zum Eroberungsfeldzug im Interesse des IG Farben Kartells. Wo immer die Wehrmacht einmarschiert, sitzt IG Farben im Beiwagen. Die Industrien, vor allem die chemische, petrochemische Industrie in ganz Europa wird zum Nulltarif der IG Farben einverleibt. In Auschwitz, einem kleinen, bis dahin unbekannten Städtchen in der Nähe von Krakau entsteht die größte Industrieanlage des damaligen Europas. Acht Kilometer lang, drei Kilometer breit, heute noch zu sehen zur Herstellung von Sprengstoff für die Eroberung Osteuropas und Benzin und Gummi für die Reifen der Wehrmacht Fahrzeuge. Heute, wenn Sie Nachrichten sehen, werden Sie den Papst in Auschwitz sehen. Was ich Ihnen garantiere, ist, dass Sie ihn nicht dort sehen, wo Auschwitz seinen Ursprung hatte. Bei den Industrieanlagen der IG Farben. Sie werden ihn dort sehen, wo die Zwangsarbeiter ungebracht waren. Und man wird Ihnen erzählen, wie schlimm das damals alles war. Aber man wird Ihnen nicht die Wahrheit sagen, wer die Verursacher waren. Diese Bilder, die Sie hier sehen, finden Sie in keinem Geschichtsbuch in Deutschland. Jedenfalls nicht im westlichen Teil. Früheren westlichen Teil meine ich. Verschweigen. in der alten Bundesrepublik wurde das Verschweigen und Totschweigen von Auschwitz zu einer Überlebensfrage für den Aufbau der neuen Industrien. 60 Jahre wurden Millionen Menschen für dumm verkauft. Hier eine Luftaufnahme aus Auschwitz. Die schwarzen Carrees, das sind die Zwangsarbeiter und späteren Vernichtungslager. Das rote Carree ist die Industrieanlage IG Auschwitz, eine hundertprozentige Tochter der IG Farben. Es gab eine Beschlusslage der IG Farben zur Gründung der IG Auschwitz, in der steht, das KZ-Lager Auschwitz stellt die Arbeiter für den Aufbau unserer Industrieanlage. Und so war es dann auch. Einer von zigtausend war ein junger polnischer Zwangsarbeiter mit der Nummer 6804. August Kowalczyk Sie haben ihn gestern Abend hier reden hören. Damit nicht genug. Weil alles verwertet werden musste, mussten auch diejenigen Menschen, die im KZ blieben und nicht arbeiten konnten, verwertet werden und sie wurden verwertet. für die medizinischen Experimente, für die Patentpräparate der IG Farben Pharma. Medizin ohne Menschlichkeit. Bayers patentiertes Pharma-Präparat BE1034 war Gegenstand des Nürnberger Kriegsverbrecher Prozesses, aus dem auch dieses Bild stand. Auf dem Label oben sehen Sie Bayer und darunter IG Farbenwerke Aktiengesellschaft Leverkusen. Patentierte Pharma-Präparate Gegenstand der menschenverachtenden Versuche in Auschwitz. Und so kam dann auch der US-Chefankläger Telford Taylor im Nürnberger Kriegsverbrecher Prozess gegen die IG Farben zu dem vernichtenden Ergebnis. Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Doch er war nur eine Stimme in den USA. Der Zweite Weltkrieg war ein Kampf der Giganten, ein Kampf der IG Farben gegen den Rockefeller Trust, ein Kampf der Interessensgruppen des Pharma-Ölkartells hier in Europa gegen das Pharma-Ölkartell in den USA. Wir wissen, wer verloren hat. Was wir nicht wissen, ist, was dann passiert. Die Aktienpakete waren Teil der Wiener Gutmachung, die gingen nahtlos an den Rockefeller-Konzern über. Nelson Rockefeller, einer der Söhne von den alten John Lee, wurde stellvertretender Außenminister der USA und war mitverantwortlich für die Sortierung, Regelung, Interessensvertretung und Interessenssicherung des Rockefeller Trusts im Nachkriegseuropa. Er war derjenige, der dafür sorgte, dass diese Herrschaften hier, die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführer der IG Farben, einschließlich Termeer, Schmitz und wie sie alle heißen, nur mit minimalen Strafen davon kamen und nicht am Schafott endeten als die eigentlichen Verursacher dieser Tragödie. Als diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass 60 Millionen Menschen umkamen, dass ein Drittel Europas in Schutt und Asche lag. Der schlimmste Verbrecher, Fritz der Meer, mitverantwortlich für den Schrecken von Auschwitz, wurde wegen Sklavenarbeit und anderer Menschenrechtsverbrechen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nichts im Vergleich zu dem, was dieser Mann zu verantworten hatte. Wer war dafür verantwortlich? Wer legte die schützende Hand über diese Männer? Nun, diejenigen, die deren Aktienpakete übernommen hatten. Die erkannten sehr schnell, dass sie diese Leute brauchten, früher oder später. Dafür 1945 bis 1948 waren neben der Entwicklung in Deutschland auch globale Interessen neu zu sortieren. Da lese ich die Rockefeller Gruppe, die ja das US-Außenministerium de facto kontrollierte, was ganz Besonderes einfallen. Sie schlug die Gründung eines Weltverbandes vor. Man nannte ihn die United Nations, die Vereinten Nationen. Auf dem Papier und der Menschheit gegenüber proklamierte man dieses Bündnis als das entscheidende Organ, was verhindern soll, dass es nochmal einen Krieg geben soll. Tatsächlich war aber der Zweck ein ganz anderer. Durch zahlreiche Unterorganisationen wie die Welthandelsorganisationen, die Weltgesundheitsorganisationen, sollten und wurden und werden die Interessen dieser mächtigen Strukturen bis heute weltweit umgesetzt. Doch zurück zur Bundesrepublik Deutschland. Erstmals in der Geschichte dieses Planeten wurde ein Industriestart als operative Basis des globalen Pharmageschäfts konzipiert und systematisch konstruiert. Gründer der CDU war neben Adenauer, Hermann Josef Abs, Chef der Deutschen Bank, schon unter den Nazis. Finanzier, Hauptfinanzier des Gesamtkomplexes Auschwitzes. Nur durch Beziehung einer Verurteilung im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess entgangen. Einer von drei Gründungsmitgliedern der christlichen demokratischen Union. Die Interessen des Pharmakartells wurden als staatstragend definiert. Politik, Medien, Medizin, selbst die Staatskirchen wurden untergeordnet. Es gibt kein Land auf dieser Erde, wo per Steuern die Kirchen finanziert werden. Nur in Deutschland. Und jetzt verstehen wir auch, wenn es darum geht, dass diese Interessen bedroht sind, diese Pharma- Interessen, zum Beispiel mit Südafrika, mit diesen kriminellen Machenschaften von Böhringer und den antiretroviralen Medikamenten, warum plötzlich die evangelische Kirche und plötzlich die katholische Kirche bis hinauf zum Erzbischof Huber sagt, das ist schon in Ordnung mit den antiretroviralen Medikamenten. Und Vitamine sind eigentlich schädlich. Als Kirchenoberhäupter. Das versteht man nicht, es sei denn, man weiß, dass dieser ganze Club gegründet wurde auf einer gemeinsamen Plattform. Die Sicherung dieser Geschäftsinteressen des Pharma- und petrochemischen Kartells. Nur dann, nur dann versteht man das. Die Aktien nach dem verlorenen Krieg gehen in die USA, haben wir schon besprochen. Die politischen und wirtschaftlichen Steigbügelhalter des Naziregimes finden in Südamerika und Südafrika Unterschlupf. Wie kommt das? Hier finden Sie eine Karte auf der linken Seite, auch aus dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess mit den Niederlassungen der IG Farben schon vor dem Krieg. Und da finden Sie die Punkte in Südamerika und in Afrika finden Sie drei Niederlassungen. Kairo, Johannesburg, Kapstadt. Die IG Farben hat ihre Niederlassungen im Ausland systematisch dazu benutzt, um den Kriminellen, die dem Schafott entgehen wollten, Unterschlupf zu bieten. Sowohl was die IG Farben Wirtschaftsebene betrifft, als auch die politische Ebene. Und jetzt verstehen wir auch, was dann passierte. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit der Apartheid auseinander gesetzt haben. Manche denken, das gibt es schon seit 100, 200 Jahren. Das gab es nicht seit 200 Jahren. Das wurde in den frühen 50er Jahren aus dem Boden gestampft in Südafrika. Es gab schon immer eine Unterdrückung von der weißen Minderheit für die schwarze Mehrheit. Aber das Apartheid Regime, dieses brutale Unterdrückungsverknechtungssystem, das wurde aus dem Boden gestampft. Ja, von wem? Von den Kriegsverbrechern, die dann nach unten abgehauen sind und diese Regierung stabilisiert haben. Aus Auschwitz wurde Robben Island, wo Mandela 25, 26 Jahre gefangen gehalten wurde. Nicht nur er, sondern viele. Aus den Ghettos wurden die Homelands eingesperrt wegen der Hautfarbe. Aus den Rassengesetzen gegen die Juden werden die Rassengesetze gegen die schwarze Bevölkerungsmehrheit in Südafrika. Unter Strafe wird gestellt, wenn ein weißer Mann eine schwarze Frau liebt und eine weiße Frau einen schwarzen Mann. Eins zu eins übersetzt von den Nürnberger Rasse Gesetzen. Südafrika wird zur Hochburg des Pharmakartells in der Dritten Welt, genauso wie Deutschland zur Hochburg zur Festung des Pharmakartells in den Industrieländern ausgebaut wurde. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die ganzen großen Pharmakonzerne alle nach Südafrika gingen, alle dort ihre Niederlassungen gründeten. Aventis war schon 31 da, Schering Blau 34, Weyed kam 37 dazu, Aybot 1940, Novartis sofort nach dem Krieg 46, Roche 47, Glaxo Smith Klein, heute der zweitgrößte Pharmakonzerne der Welt, drei Jahre nach Kriegsende, Merck 49, 4 Jahre nackt. Das muss irgendwo ein Nirvana, ein Eldorado gewesen sein da unten. Sonst wäre das nie passiert. Die sind ja nicht nach Nigeria gegangen oder nach Ghana oder Tansania, nein, Südafrika. Böhringer Ingelheim, die Lieferanten des tödlichen Nevirapin, der Chemo-Aids-Keule kamen 66 dazu, mitten im finstersten Apartheid Südafrika. 1958 unterzeichnete, ich nenne ihn Hitlers Banker, Hermann Josef Abs, Sie erinnern sich, der Mitgründer der CDU die erste Millionen Anleihe für das Apartheid Südafrika. Alle haben es gemieden, nur die Gangster können es nicht lassen. Gangster zieht es immer zu Gangstern hin. 16. September 1958 eine Millionen Anleihe, die diesen Verbrechern Apartheid Verbrechern überhaupt das Überleben, das ökonomische Überleben ermöglichte. Am Abend desselben Tages feierte man diesen Anlass und wo? In einer Villa in Königstein bei Frankfurt, links das Luftbild, rechts der Mann, dem diese Villa gehörte, Fritz Termeer. Der war zu diesem Zeitpunkt schon wieder aus dem Gefängnis frei. Das Pharmakartell benutzte das Apartheid-Regime in Südafrika als Brückenkopf für Afrika und die gesamte Entwicklungsländer der Erde für sein schmutziges Geschäft mit Pharmapräparaten. Es saß am Kabinettstisch der Apartheid-Regierung. Es gründete genau wie in Deutschland dieselben Einheiten, die Zulassungsstellen, die sachten Vitamine sind Medikamente, Naturheilverfahren werden ausgeschlossen, nur Pharmapräparate dürften für Krankheiten angewandt werden. Es gründete eine Medien Zensuroorganisation, sowas gibt es in Deutschland noch niemal, die in der Lage ist, alles zu zensieren, was im Bereich Gesundheit gemacht wird, wo die Pharmaindustrie ein Gründungsmitglied ist. Und jetzt haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, fast ganz Afrika wurde in den 60er und frühen 70er Jahren von den kolonialen Strukturen befreit. Von Marokko bis runter nach Botswana. Nur ein Land nicht, Südafrika. Der Bürgergriff des Pharmakartells war der entscheidende wirtschaftliche Faktor, der das Apartheid-Regime stabilisierte. Nicht ohne Grund hielt der Pharmakanzler Kohl dem Apartheid-Regime bis zuletzt die Stange. Da waren Großbritannien, da waren die USA schon ausgestiegen unter dem öffentlichen Druck ihrer Bevölkerung und hatten gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit diesem Regime zusammen. Da war Helmut und seine Gang noch unterwegs und haben die letzten Brücken gehalten. Und es war dieser Würgegriff des Pharmakartells, der der erschütternde Grund dafür ist, dass die Menschen Südafrikas eine ganze Generation länger unterdrückt wurden und unter unmenschlichen Bedingungen leben mussten. Viele Tausende davon bezahlten diese Abhängigkeit mit ihrem Leben. Und weil das so ist, weil Südafrika diese Festung des Pharmakartells in der dritten Welt ist und weil wir in Deutschland die Festung des Pharmakartells über Jahrzehnte waren, deswegen ist das, was wir machen, diese Patenschaft, diese intensiven Austausch mit Südafrika auch so Beispiel geben. Wir stehen dafür, dass diese Sache aufgearbeitet wird. Wir öffnen den Menschen die Augen und wir bauen über diese Patenschaft auch eine neue Welt mit auf. Und bis heute treiben sie ihr Unwesen. Eins zu eins kopiert ist die TAC eine Nachfolger Organisation, eine Kopie dessen, was die SA damals war. Mit Straßenterror wird die Regierung destabilisiert. Mit Unterstützung der Medien, die auch dem Kartell gehören, die diese Organisation als Mutter Theresa darstellen, wird eine Camouflage, ein Vorhang über den wahren Charakter dieser Organisation gezogen. Ein weiteres Schlüsseleer war 1972. Inzwischen hatten sich die Länder der dritten Welt befreit aus kolonialen Strukturen. Es war eine riesige Bewegung entstanden, die Bewegung der Blockfreien. 1972 gab es eine große Debatte in der UNO, die dazu führte, dass eine Erklärung, eine Charta verabschiedet wurde für die Menschenrechte auf dieser Erde. Diese Charta der Befreiung des Menschen aus den Entwicklungsländern oder der Millionen Menschen aus den Entwicklungsländern von den Abhängigkeitsstrukturen haben 120 Länder in der UNO zugestimmt. 120 Länder, die große Mehrheit. Dagegen stimmten, wir wissen es, eine Handvoll. Dezember 1974 war die Abstimmung, 1972 fing das an. Nur zwei Wochen später reagierte Rockefeller darauf und gründete, was er nannte, eine Trilaterale Kommission. Trilaterale Kommission, das müsst ihr euch so vorstellen, wie so eine Art Rotary Club, aber eben irgendwo drei Tagen höher im Himmel. Da kommt man nur rein, wenn man Vorstandsvorsitzender von ESSO ist oder von der Deutschen Bank oder wenn man Schremp heißt oder Angela Merkel. Man trifft sich einmal im Jahr. Man tauscht aus. Gewählt wird nicht. Ihr seht, es gab immer wieder in diesem Jahrhundert Versuche der Menschen, sich von diesen Strukturen zu befreien und immer, immer gab es eine Gegenreaktion. Und weil das so war, fasste 1978 Spikniew, Brzezinski, der damalige Berater von Präsident Carter, die Sache so zusammen. Die UNO, sagte er, ist zu einem Haufen, Zitat, kommunistischen Stimmfies verkommen. Zitat Ende. Das war der Beginn der Strategie, dem Huhn den Kopf abzuschlagen. Die Ära Reagan setzte diese Strategie in die Tat um. Man hatte erkannt, dass man die Menschen der dritten Welt nicht überzeugen kann, dass man sie nicht inkorporieren kann. Man musste dem Huhn den Kopf abschlagen, um die Interessen zurückzudrehen. Ein weiteres Schlüsseljahr, 1990 bis 92. Das, was uns hier zusammengebracht hat, Entdeckung der Zellularmedizin im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Aids. Diese Entdeckungen bedrohen die Existenz der größten Investmentbranche der Erde. Das Pharma-Betrugsgeschäft mit der Krankheit. Und sie reagierten sofort. Zunächst mal darüber, dass sie versuchten, in den USA Vitamine zu Medikamenten machen zu lassen. Aber auch damit. Im Frühjahr 92 wurde eine neue Doktrin vorgestellt. The Project for a New American Century. Das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert. Unter dem Vorwand, dass man sich ja Gedanken machen müsste, weil man jetzt ja alleine eine Supermacht sei, wurden Strukturen angeschoben, die wir jetzt erst verstehen. Warum? Donald Rumsfeld, der höchst dekorierte Pharma-Geschäftsführer in der Geschichte der USA, ein Unterzeichner dieses Papiers. Heute am Schalthebel des Atombomben Abwurfs. Wolfowitz, ein Unterzeichner dieses Papiers. Heute Chef der Weltbank. John Bolton, ein Unterzeichner dieses Papiers. Heute der Falke in der UNO, der den Krieg gegen den Iran jeden Abend herbeiredet. John Necroponte, Chef des übermächtigen Geheimdienstes der USA, der jetzt FBI, CIA, Heimatschutzministerium und wie sie alle heißen, ohne sich hat. Eine Bande skrupelloser , skrupelloser Soldaten des Pharmakartells. Diese Dinge, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben, dass ein CIA-Direktor zurücktritt, sind kein Zufall. Dass sich sechs oder sieben Generäle für den Rücktritt Ramsfels aussprechen und der Kerl kriegt den Segen von George Bush. Das ist kein Zufall. Es ist eine Entwicklung, die so gewollt ist. Das Kartell braucht für die nächste Etappe, für die entscheidende Etappe seines Überlebens, diese skrupellosen, mit allen Wassern gewaschenen und zu allen kriminellen Aktivitäten einschließlich Atombombeneinsatz fähigen Leute. Und sie baut sie nicht nur in den USA auf. Ihr habt sicher verfolgt, wie das mit Berlusconi abgegangen ist. Als er dann schließlich zum Rückzug gezwungen wurde, sagt er, ich komme wieder. Ich bin nur kurz weg. Woher weiß der Mann das? In Frankreich dasselbe. Die Auseinandersetzung zwischen einem gemäßigten Dominique de Vipin und einem Haarweiler, einem Soldaten, einem dreckigen Soldaten des Pharma-Kartells, dem Innenminister Sarkozy. Genau dieselbe Situation. In allen Pharma-Exportländern laufen im Augenblick dieselben Prozesse ab. Sie bereiten die Diktatur vor. In Deutschland ist es genauso. Lutz hat es heute früh schon erzählt, dass Angela Merkel nur ein Feigenblatt ist. Roland Koch aus Hessen ist der Mann. Erinnert ihr euch? Während des Irak-Krieges bekam eine Privataudienz im Weißen Haus von George Bush. als Ministerpräsidenten von Hessen. Wo war nochmal der Hauptsitz der IG Farben gewesen? Das Pharma-Kartell etabliert weltweit skrupellose Politiker, die die Machtergreifung einer weltweiten und ich nenne diesen Namen jetzt ganz bewusst hier faschistischen Pharma-Diktatur vorbereiten. Liebe Freunde, ich bin am Ende meines Vortrags angelangt. Ich kann es nur so darstellen, wie ich es eben getan habe. Das Wasser steht diesen Interessen nicht nur bis zum Hals, sondern bis zu den Zähnen. Das läuft schon zu den Ohren rein. Wenn die Regierung Südafrikas sich an unsere Seite stellt und sagt, lasst uns gemeinsam die Aids-Krankheit ausmerzen. Was glaubt ihr, wie lange das dauert, bis das Nachbarland und das nächste Land und das übernächste Land das auch machen? Und was glaubt ihr, was passiert, wenn die Regierungen Afrikas erkannt haben, sie wurden in der Aids-Krankheit bis aufs Knochenmark getäuscht und ausgesaugt? Wie viel Glaubwürdigkeit ist da noch für das Pharmageschäft insgesamt? Wie viel Glaubwürdigkeit noch für die Politiker die dieses Geschäft immer wieder propagiert haben? Ich sage euch, wie viel da ist noch? Null. Und das ist nicht eine Frage von Jahren. Ihr erinnert euch an das Bild mit dieser gehaltenen Wunde hier am Hals von dieser Aids-Patientin. Vier Wochen. Deswegen, denen steht das Wasser nicht bis zum Hals, sondern das läuft den Schuttel zu den Ohren rein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, wie wir unsere Zeit einteilen. Wir wissen, wie sie das machen müssen. Sie müssen einen Krieg lostreten, wenn sie diese Diktatur etablieren wollen. sie brauchen diesen Atomschlag, um zu überleben. Wenn sie diese Strategie umsetzen können, dann wird unsere Arbeit sehr viel schwerer werden. Dann werden einige von uns die Arbeit auch nicht mehr offen machen können. Ich sage hier nicht, dass wir Zustände haben werden, wie sie 1940, 41, 45 waren. Aber liebe Freunde, ich kann es auch nicht ausschließen. und deshalb, bevor wir überhaupt darüber diskutieren, ist die Frage Krieg und Frieden die entscheidende. Und deswegen setzt die Gegenseite auch so viel dazu ein, abzulenken vom Thema. Oder wie viele Parteien machen einen Friedenskongress in Deutschland zur Zeit? Die Alternative wurde an diesem Wochenende klar aufgezeigt, auch für den letzten erfassbar. Atomkrieg zur Errichtung eines globalen Pharmafaschismus oder wir schaffen es, die Befreiung der Menschheit vom Joch des Pharma-Öl-Kartells. Und ich möchte meinen Vortrag mit einem Anliegen enden. Ich schlage euch vor, dass wir als AGFG eine Verpflichtungserklärung übernehmen. Und vielleicht nennen wir sie die 6804 Verpflichtungserklärung. Die Nummer des jungen Häftlings damals. Wir verpflichten uns, nicht zu ruhen, bis wir die Erde vom Joch des Pharma- und Öl-Kartells befreit haben und eine gesunde, friedliche und gerechte Welt aufgebaut haben. Applaus Ich denke, es ist kein Zufall, dass August Kowalczyk zu uns gekommen ist in den letzten zwei Jahren und dass er an so einer entscheidenden Stelle der Weltgeschichte noch die Kraft hat, bei uns zu sein. Und ich verrate kein Geheimnis, er hat es mir nach unserem ersten Treffen bei dem Hager-Tribunal 2003 gesagt, vielleicht bin ich deswegen so lange geblieben. Applaus Vielen Dank.